Die Cloud-Lösung Welcome Geländemanagement und Welcome Lkw Management im Einsatz bei Carlsberg, einem der größten Brauereikonzerne der Welt. Beim Neubau der Brauerei am Standort Hamburg lag der Fokus auf einem schnellen und digitalen Management für Lkw und Transporter, damit der Produktion dieser hervorragenden Produkte nichts im Wege steht. Immerhin ist die Kapazität an diesem Carlsberg-Standort auf eine Produktion von ca. 1 Million Flaschen und ca. 3000 Fässer pro Tag ausgelegt. Carlsberg setzt erfolgreich auf Welcome von EnterSmart. Welcome leistet ein digitales, komplettes Geländemanagement und Lkw Management mit allen Optionen, die heutzutage State of the Art sind. Damit Zufahrtsstraßen nicht blockiert werden, war eine schnelle Abfertigung der vielen Fahrzeuge absolute Priorität. Die vollständige Integration aller notwendigen Komponenten sorgt für einen reibungslosen, sicheren Lieferverkehr. Alles umgesetzt mit Welcome. Neben der Software-Integration gewährleisten individuell konfigurierte Hardware, z.B. Outdoor-Terminals und Indoor-Stationen eine hohe Flexibilität. Die robusten, temperatur- und witterungsbeständigen Outdoor-Terminals sind voll digitalisiert und ausgestattet für einen schnellen Check-In und Out. Mit einer Höhe von 2,55 m können Sie bequem vom Fahrer des Lkws und Transporters aus Ihren Fahrzeugen heraus bedient werden. Integriert sind ein großer Touchscreen, hochauflösende QR-Scanner, Drucker und eine Intercom-Station. Im Gatehouse gibt es zusätzlich eine touchfähige Indoor-Station für den Check-In und Out. Selbstverständlich auch hier integriert, QR-Scanner und Drucker. Und so sieht der Prozess aus. Die Spedition kann ganz bequem über eine per Login erreichbare Website einen Termin auswählen, die entsprechenden Informationen für den Termin eingeben, verschiedene Optionen auswählen und den Termin anlegen. Die Spedition erhält eine Terminbestätigung per E-Mail mit Bestätigungsnummer und allen relevanten Informationen. Sie sehen, auf dem Gelände gibt es neben dem Check-In und Out vier weitere Stationen. Bei der Check-In-Station erfasst eine Waage das Gewicht des Fahrzeugs und eine Kamera erkennt das Kfz-Kennzeichen. Die Schranke wird automatisch geöffnet. Durch das Gelände werden die Fahrzeuge über LED-Anzeigen geleitet. Für den internationalen Check-In bietet Welcome 15 Sprachen an. So geht die Abfertigung schnell und sicher mit QR-Code, einer Kategorieauswahl mit voreingestellten Parametern oder einer Bestätigungsnummer. Beim Check-In werden die Informationen verifiziert. Ist der Fahrer noch nicht bekannt, wird die Sicherheitsunterweisung angezeigt. Er unterschreibt diese digital auf dem Touchscreen. Diese Sicherheitsunterweisung hat eine Gültigkeit von zwölf Monaten. In diesem Zeitraum wird für diesen Fahrer keine weitere Sicherheitsunterweisung angezeigt. Im nächsten Prozessschritt wird automatisch der entsprechende Geländerausweis mit QR-Code gedruckt. Sind alle Check-In-Parameter in Ordnung, dann öffnet sich automatisch die Schranke und das Fahrzeug kann auf das Gelände einfahren. Das Fahrzeug wird nun digital per LED-Anzeige zu der richtigen Station geleitet. Das Fahrzeug muss mehrere Stationen anfahren. Auch das wird digital gesteuert. Beim Ausfahren vom Gelände an der Check-Out-Station erfolgen die gleichen Kontrollen. Sind alle Check-Out-Parameter korrekt? Hat das Fahrzeug das richtige Gewicht? Dann wird die Schranke automatisch geöffnet und das Fahrzeug kann das Gelände verlassen. Der Prozess mit Welcome ist erfolgreich abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017